einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen ja heute wieder zu little big planet 3 ja ich habe zwar die schleife von little big planet 2 um wie man sieht warte ich versuche mal so ein bisschen zu drehen ja man 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 sieht man sieht ja ganz klar und deutlich genau ja was will ich noch mal sagen ich habe ich musste ja meine levels auf meinem spielstand selber noch mal spielen und da hat es auf keinen fall so gelegt also ich denke was hat einerseits was mit servern zu tun und andererseits vielleicht um ein paar internet sachen frage wird ja alles auf eine leitung gekloppt genau und natürlich ich habe auch noch mitgekriegt dass meine place besser läuft wenn sie mitten im raum steht also im raum war das ist natürlich dann schon vom vorteil wenn das wlan sehen kann ja wenn das auf einmal das wlan von allen seiten hin kann ist natürlich besser das stimmt ja bei mir werden die flusen aufgesammelt bei mir ist ein schwarzer bildschirm mit kreis unten links schade dann können wir ja da keine story drum rum war in der nächsten phase wieder ja so wo waren wir letztes mal ich glaube so gut 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 naja und wir hatten diese video sequenz und danach hat es ja sich dumm und dämig geladen haben wir dann aufgehört ja genau da haben wir mitten im level abgebrochen ja es tut uns ja leid aber wir tun alle menschen mögliche damit das alles besser läuft ok so jetzt läuft es aber auch um einiges geschmeidiger hier als das letzte mal das kann durchaus sein ich bin ja gleich da ja so erstmal den knopf eindrücken und ich bin durch super es geht doch es geht doch so ist ja nix und sturzflug gut ne scheiße dann fliege ich lieber wieder hoch in als gefunden hier werden sticker aber natürlich haben wir den nächstwahrscheinlich nicht nö ja sticker sind immer bei uns mangelware ja das können wir höchstens beim zweiten mal versuchen wir werden jetzt eingesaugt ja ich bin eingesaugt worden ich irgendwie nur halb und halb ja ich merk's werd mal richtig eingesaugt junge bin ich ja eigentlich aber guck mal wo ich hänge ich kann mich nie mehr bewegen ach doch jetzt angeblich ja ja kann nichts machen das ist super mensch das ist ja ein level das ist ja wieder ein bisschen ärgerlich warte ah jetzt kommste deine leitung war ein bisschen länger du hast eine greifentaste wie jeder andere so ihr eins und dann mal das zeug hier genommen perfekt da sind und auf die waage ach so ja ich hole mir die bubbels so bubbels habe ich die alte nervt ja die nervt echt vor allem die stimme kann ja gar nicht ab irgendwie so wenn man das alles hier mal beschwert so jetzt kommen wir oben hoch also dann muss ich von der anderen seite kommen ach mal da gemein ich das hier nein fuck ich bin vorbei ich auch unten drunter bin ich ja das ist super müssen wir ein paar ehrenrunden drehen super so ungefähr wie bei der schule früher ja ehrenrunden die sind ja immer im ehren so kurze pause dahinten sind bubbels übrigens ich bin das aus dem großen swoop einen staubwedel macht auch nö oh ne bombe ah ok jetzt weiß ich ja wohin musste zu nehmen ach so ich hab die bubbels schon mal gesammelt was ich die geht gleich hoch ja das war timing ja bomben die kümmer ab boah nee da bin ich nicht mehr weggekommen von der bombe so eingang ist frei komm rum hier so so das kriegen wir ja irgendwie gebackenen bösewichten eins auszuwischen vor das schwert ist unter strom ja ich hab's am eigenen leib erfahren oder am eigenen leib erfahren ja mit krebsen so natürlich die ganzen bubbels nicht vergessen ja ich da sonst irgendwas fehlt hoch ich werde schon wieder eingesaugt ja meine leitung sind länger ja stimmt und ist ja gut dass du nicht hier bist sondern das sind kurze leitung hier nehmen kannst du bist du das ja es bin ich stimmt ich habe vibriert ja ich auch aber pause das war jetzt immer so gut so tippe ich da noch mal auf x so hoch das gut du kannst du bist auch hause danke so ich bin ich kurz oben dran gekommen ja aber du hast alles eingesammelt da bin ich stolz auf dich er ist aber langweilig mit seinen sprüchen ja da muss man halt die andere seite wieder fliegen ja das ist sehr müde vor allem wenn er nur so wenig gilt zeigt die idee ja jetzt wird jetzt auch stehe ich hole mir die buch ist da hinten ja mach ruhig da geht's also ich dachte jetzt dass sie dann level bank dass dann noch irgendwas hier rum moment ja ja ich Ich warte hier in der Luft. Sind wir da? Ja, super. Da ist ein Knopf hinten. Ich fliege hinter. Warte, bleib halt dort. Ich hätte den Knopf schon betätigt. Ach, da ist ein Knopf? Wusste ich. Ach so. Wenn du das weißt, dann ist ja gut. Kommt die Nervensäge wieder? Achtung. Ja, ich sehe es. Er wirft mir hier auch ziemliche Messer in den Weg. Du hast mich keinen Scheiß angesenkt. Jetzt hast du mich angesenkt. Super. Na toll. Boah, da hinten? Willst du mich verarschen? Ist ja ewig lange her, wo wir da waren. Ja. Wobei, jetzt sind wir ja fast da. Ja, fast. Jetzt sind wir da. Oh Mist. Du nicht, ich schon. Da sind Bubbels. Ja, ich sehe sie. Habst du mitgenommen? So. So. Wo muss ich denn hin? Nee. Nee, ach so. Es sah so aus, als wäre es eine Streckenbegrenzung. Das ist eine Streckenbegrenzung, ja. So. Und loslassen. Boom. Cool. Das mit den Saugnäpfen hat was. Schon putzig. Ich werde hier schon wieder rumgesaugt. Das sind noch zwei Bubbels. Ja. Alter, wie viele Bubbels, dass wir hier einsammeln. Ja, aber am Ende haben wir wieder nur 10% gefühlt. Ja, genau. Oh. Ah, okay. Der wird interessant. Ja, gut. So interessant dann auch nicht. Ich dachte, das ist schwerer. Ach, da geht's. Ja, da geht eine Tür auf. Da bin ich. Boah. Hubies Uhr. Und Checkpoint. Gut. Ach, nö. Komm schon. Wie schnell kannst du. Schon wieder? Ja, jetzt müssen wir Vollgas geben. Es kriegen wir hin. Bist du müde, Spatzenhirn? Nö, kein Stück. Hä? Okay, naja. Ich bin wieder da. Ich muss mal ab und an mal mit dem Sturzflug arbeiten. Ja. Ah, scheiße. Mit dem da. Na, mal haut's auch nicht hin. Uch, ich werd hier rausgeglasen. Und wir haben's geschafft. Okay. Okay, ich glaub, das ist ein Level, da muss man sterben. Ich glaub, wenn man da weiterfliegt, wird man noch ein paar Bubbels finden. Watt, wir haben nur 72%. Willst du mich verarschen? Naja, sag ich doch. Aber das könnte ja damit zusammenhängen, dass wir jetzt ein Stück übersprungen haben. Da waren vielleicht auch noch mal 5, 6 Bubbels der Ws. Ja, genau. Das mein ich, ja. Naja, irgendwann kommen wir da eh wieder hin. Ja, irgendwann. Gucken wir mal, ob was jetzt für eine spannende Videosequenz auf uns wartet. Mhm. Mein Headset hat einen Wackler, merk ich grad. Okay. Wenn ich leiser drehe, wirst du lauter. Aha. Bin mir kurios, naja. Ne, die Idee von so einem Headset. Ja. So, ich webe ein verwobenes Netz. Ich versuch, beschäftigt auszusehen neben mir. Naja, da passt's ja wieder. Naja, natürlich. Was anderes kann ich nicht. Ich muss immer krampfhaft versuchen, beschäftigt auszusehen. Beschäftigt bin ich ja nie. Oh. Ich hab ja Zeit ohne Ende. Selbst in der Arbeit und so. Ach so. Ja, das hab ich schon perfektioniert, das Versuchen, beschäftigt auszusehen. Aha. Also. So, ich glaub, ich bin wieder rausgeflogen. Ich hab schon grad was gesehen, kurz. Das ist aber wieder der Ladebildschirm. Hast du den Swoop gemacht? Ja. Na? So, Swoop ist befreit. Bei mir ist alles schwarz. Ah, jetzt. Oder auch noch nicht. Na? Jetzt komm ich raus. So, dann, äh, guck ich mal, ob ich irgendwie von hier aus zu dir komme. Wo bist du denn? Na, nicht mehr bei dir. Nicht mehr im Spiel bei dir. Oh. Ich find hier grad paar Bubbels. Schön. Ja, hier irgendwo an der Decke. Vier Stück. Ich bin da jetzt. Müsstest du mich wahrscheinlich einladen. Es sei denn, du sagst mir, wie ich das, äh, von dem Spiel aus hinkriege. Außer von der Zentrale weiß ich's, aber. Start, Freunde. Oh, jetzt musst du's nochmal machen. Also, du musst Start drücken, Freunde gehen. Und dann kannst du, deswegen kannst du ja mitten in den Levels einladen. Das ist eine der wenigen Neuerungen, die gut sind. Also, ich dachte, das ging auch im anderen, aber. Wirklich? Mit nem Level? Ja. Wir haben's bloß nie gemacht. Na gut, es lief besser, stimmt. So. So, ich bin jetzt von der Tante einfach mal weggeflogen, weil mir die extrem angekotzt hat. Ja. Ich kann die Stimme nicht ab. Aber irgendwie haben wir vergessen oder nie gesehen, was Swoop macht. Bei den anderen beiden haben sie doch immer vorgestellt, welche Fähigkeiten die haben. Irgendwie hat mir das gefehlt, diese Sequenz. Weiß ich jetzt gar nicht. Haben wir das gar nicht gehabt, dass er da rumgeflogen ist, Sturzflug gemacht hat. Ich hätte, ich entsinne mich. Na gut, stimmt. Er hat uns ja gerettet. Vielleicht sollte das damit. Ja, genau. So. Wir gehen jetzt in die nächste Welt. Es sieht ziemlich, ja. Überprüf Verbindung mit dem Host. Geht ja wieder gut los. Oh, nö. Ah, Schlauwo ist nicht mehr da. Ich schicke dir eine Einladung, die nimmst du bitte an. Ja, warte mal. Ich habe gerade einen Ladebildschirm. Ach so. Ich habe dir ja trotzdem schon mal eine Einladung geschickt. Ja. Ich akzeptiere. Cool, dass ein Schmetterlingsbubbel, die du fangen musst mit Swoop. Ist ja cool. So, du trittst bei. Ich sehe es halt genau. Komm her, du Schmetterling. Die quatscht mich gerade zu. Ja, die quatscht gerne. Wieso sammelst du denn die Bubbels schon ein, du Penner? Weil ich es gerne mache. Du willst da eh auf den Spielstand kommen. Nee, die kannst du ja dann auch mal fangen. Hallo? Die wirst du ja dann auch irgendwann mal sehen. Jetzt tun wir nicht so. Oh. Übrigens brauche ich die 100% und nicht du. Ach so. Du darfst nicht. Na, mal sehen, ob es jetzt geht. So, siehst du mich? Ja. Warte, ich lasse dich mal aus der Büchse der Pandora. So. Bin ich beim Ein-Ausgang, stehe ich hier. Ja, das sehe ich. Und warte auf dich. Aber ich bin noch nie da. Jetzt bist du da. Komm. Da oben sind übrigens vier Bubbels. Bei dir vielleicht noch? Nee, eben nie. Ach so. Ja, gut. Die kriegst du schon noch. Ja, ja. Die kriegst du schon noch. Da bin ich zuversichtlich. Äh, wo bist du denn? Ah, da bist du. Da müssen wir runter übrigens. Ja, genau. Ja, genau. Da müssen wir rein. Ist das das letzte Level? Das kann ich mir nie vorstellen. Die Helden besiegen endlich Newton. Die zumindest so da. Ah, also Videosequenz erst mal. Aber erst werden die Flusen aufgesammelt. Aha. Und wieder. Ja, äh, ziemlich fusselig heute alles. Aha, okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja. Wenn es jetzt schon vorbei ist, würde mich... Also wie gesagt, das wäre echt kurz. Ja. Ja, kurz wäre dann gar kein Ausdruck. Dann wäre das drumherum mehr als alles andere. Also wirklich die ganzen Mini-Levels und alles. Also ich muss sagen, wenn das jetzt zu Ende wäre, würde ich mich so fühlen, als wenn wir in 1 und 2 jetzt die dritte Welt geschafft hätten. Ja, genau. Oh, ich bin verloren. Wie konnte ich, der mächtigste Schöpfer der Fantasiesphäre, nur davon träumen, ein Team von Helden zu besiegen? Ich spüre tiefe Trauer in meiner Brust. Wenn nur Vater hier wäre, um mich zu trösten, ich wollte der ultimative Schöpfer werden. Doch ich erkenne jetzt, ich lag falsch. Denn ich war schon immer besser als du. Du und deine Bankenfreunde könnt meinem kreativen Genie nicht das Wasser reichen. Zurück! Ihr wollt doch nicht, dass der kleine Wollkopf verdampft wird, nicht wahr? Versucht nicht, mich aufzuhalten, ihr Stoff-ohlen-Trottel! Diese Festung ist unbezwingbar! Mein eigener Inwurf! Aha! Na, klasse! Unbezwingbar, und da fällt erst mal die Tür ein. Ja. Jo, jetzt habe ich einen weißen Bildschirm. Ah, bügelt die Knitterfalten weg. Ich träume mal wieder den unmöglichen Traum. Das ist aber schlecht. Also, wenn du einen Traum hast, einfach nur bügeln zu können, naja, weiß ich nie. Na. Du musst du ja wissen. Ja. Ich kann ja auch nicht bügeln. Ach so. Ach, deswegen träumst du es. Ja, klar. Irgendwann will ich es mal können. Oh, nur da geht es ja. In zehn Jahren. Oder 20. Tausend. Ja. Na, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Stimmt. So. Ihr seid also reingekommen. Macht nichts. Ihr könnt mich nur aufhalten, wenn ihr eure speziellen Fähigkeiten einsetzt, um die Batterien der Kammer eures Freundes zu entfernen. Das werdet ihr niemals schaffen. Also, wechseln kann ich jetzt auch nie, weil sonst wäre ich hier unten durchgegangen mit... Ja, ich verstehe dich schon. Ah. Ach, die nächste Welt ist das. Ja. Niemand hat euch eingeladen. Verschwinden. So, huch. Hihihi. Das ist ja lustig. Oh, da kannst du sterben. Ist ja übel. Deswegen habe ich dir mal ein bisschen geholfen. Ja, danke. Ah, das war ich jetzt? Okay. Also mit, äh... Wat? Mit wat? Mit Otzok finde ich es richtig lustig. Ja, weil der ist wirklich quirlig. So. Aber da hätten die Bubbles dahinten vielleicht noch holen sollen vorher. Ja gut, wenn wir das große Level hier neu starten, dann gibt es schon. Boah. Ich bin schon wieder in die Dinger hier gesprungen. Ja, ich habe dir mal geholfen. Ist das jetzt ein Level oder... Ja. Ein großes Level. Nein. Shit, ich wollte dort oben dran springen. Ja, man hat es gesehen. Was du da wolltest. Ach, ich wollte gerade die Bubbles schon wiederholen. Boah, weil ich nichts gesehen habe. Ja, ja, jetzt bin ich schuld für deine Dummheit. Was heißt hier Dummheit? Das ist so. Nein. Boah, ganz knapp nicht. So, und jetzt? Achso. Nicht unbedingt da... Du hättest springen müssen, glaube ich. Ja, hätte man können. Jetzt habe ich es mal nie geschafft. Ja. Ah, den hättest du fast gekriegt, den Bubbel. Sehr schön. Den kriegt man jetzt nicht? Nee. Mäh. Naja. Irgendwas ist ja immer. Ja. Oh, gib Gas. Gib halt Gas und so. Also nochmal. Ja. So, die Levels werden jetzt schwieriger. Ja, wird aber auch mal Zeit. Werde ich zum Sein. Du bist ja heute todesmutig drauf. Einfach nur gut. Ja. So, Scheren. Jetzt warten wir mal auf das Ding hier. Jep. Oh, nee. Ich habe hier einen Strahlwitz gemacht. Uh. Sauber. Gut gemacht. Nein. Oh, schade. Ja, da kommt noch so ein Ding, da kannst du von abspringen. Achso, ja, warte. Probier ich. Warte, ich mach schon. Bist du ja auch schon wieder da? Ja, da warte ich halt hier. Sehr gut. So geht das. Ich bin mal ein bisschen durchs Level geführt hier. Ah. Ab und an wird das dann ziemlich schnell hier. Ach, finde ich aber gut. Finde ich gut. Ja. Oh. Wenn du da nicht drauf drückst, dann, äh, dann, äh, kriegst du den Mangelfall. Aha. Okay, der will uns bestechen. So, drauf gedrückt. So muss es sein. Hätte noch mal nie drauf gedrückt. Der hat schon so gelallert. Gelallert vor allem. Mh, gelallert. Bei mir kommt irgendjemand in Stimmung. Oh. Gut. Ich würde sagen, wir bleiben mal hier. Ja. Das erste Segment haben wir entschärft. Auf jeden Fall. Mal gucken uns das nächste an. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.